So, herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Wir machen mal einen Random Run und ich spiele egal mit wem, weil ich muss mit anderen was machen, außer mit The Lost. Weil mit The Lost will ich erst, nachdem ich im Creed Mode den... Wie heißt das Ding? Poly Mantle freigeschaltet habe, dass ich also einmal Damage pro Raum nehmen kann. Erst dann will ich The Lost spielen. Mal gucken, wen wir bekommen. Lazarus. Was brauchen wir mit Lazarus noch? Wir brauchen noch alles. Wir brauchen noch den Boss Rush. Wir brauchen Greed, äh, Greed, Hush und Mega Shantan. Gut, gucken wir erstmal, was es hier für eine Pille gibt. I can see forever, okay. Eigentlich sollte man hier gleich sterben, aber dann habe ich so wenig HP. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Nein, der soll mich umbringen jetzt. Komm. Nee, oder? So, zack. Jetzt haben wir nämlich zwei Striche Damage und sind ein bisschen stärker. Haben aber nur noch ein HP, wenn es schief geht, starte ich einfach neu. Sehr schöner Raum, den mag ich. Den kann ich. Ich möchte immer noch das Tageslicht ein bisschen zu schaffen hier. Dann komm doch mal hier rein jetzt. Ach, Nervsack, du. Dann eben so. So, hier sprengen wir natürlich auf. Ich mache jetzt einfach, das ist sehr schön. Ich mache jetzt einfach standardmäßig mal weiter, wenn es irgendwie schafft, wenn ich es irgendwie schaffe. Dann mache ich, danke, dann mache ich den Hush und den Boss Rush, wenn es nicht reicht von der, von Damage her und so weiter. Also, ja, war klar, dass hier so ein Nervenraum kommt wieder. Jetzt kommt mal einer von den Bösen hier. Warum ist der jetzt plötzlich grün? Warum macht er zwei? Warum spawnt der zwei? So, das war's. Ist hier irgendwo so ein blaues Teil? Anscheinend nicht. Gut, da oben brauche ich erst gar nicht reinzugehen. Wir gucken, was wir hier haben. Ich weiß eh nicht, was es ist. Oh, das ist nett. Oh, das ist auch nett. Das ist auch nett. Nein, 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 das ist ganz schlecht. Danke, sehr schön. Was gibt's hier noch? Nein, gut. Wir sprechen, na, da waren, da vorne waren noch ein paar mehr von diesen Teilen. Von diesen, äh, Urnen, nenne ich sie mal. Schlüssel haben wir eh nicht. Also, wurscht. Aber, ich spreng das hier mal. Nein! Wie geht's da hin? Und vielleicht, wenn wir Schlüssel bekommen, mach ich das. Wenn wir Schlüssel bekommen. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wird eh ein bisschen knapp, wenn's... Das ist nur Monster, das geht. Das geht. Das ist fair. Ich hasse diesen Rackman, heißt er, glaube ich, am Anfang. Da gehe ich immer kaputt. Wenn mit zwei Damage geht's, mit einem Strich Damage ist es meiner Meinung nach. Da muss er direkt auf den Kopf gehen, die Spinnen zernichten. Damit er immer wieder seinen Kopf wegschmeißt. Und nicht noch diese zwei Zusatzspinnen spawnen. Und dann nervt das echt immer. Aber so geht das einigermaßen. Ja, spinnen wir jetzt auch drum hier. Gut. Was gibt's? Hab hier, hab. Okay, kein Schlüssel. Das heißt, wir kommen nicht da rein. In dem Itemraum war nur so ein... Das ist ein Symbol. Okay. Schon mal schlecht in der Zeit. Vier Minuten. Girls of the Lost. Super, danke. Also, es ist Dimensional Baby. Wenn das öfters rocken würde, wäre das natürlich immer. So, was gibt's hier? Spinnen? Ja, gehen wir erstmal raus. Wieder rein. Sehr schön. Sehr schöner Raum übrigens. Das hier auch. Guck mal hier. Genial. Oh, perfekt. Das gefällt mir. Warum bleib ich nicht einfach stehen? Ja. Guck mal da. Ist ja bombisch. Äh, nein. Wenn ich noch eine Bombe bekomme, ja, oder einen Schlüssel. Okay, hier gibt's nichts. Vier Striche Damage. Gibt das zwei Damage ab? Gibt das echt zwei Damage ab? Der, 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 das Steinchen. Respekt. Hm. Das ist ja fett. Vier Damage hier jetzt. Wo sind sie denn, die Jungs? Oh, hallo? Nö, Arcade Room doch nicht. Was gibt's hier noch? Ist hier schon der? Nein, hier ist er nicht. Dann hier wahrscheinlich, ne? Danke. Joa, gerne. Capricorn, immer gerne. Okay, dann brauche ich ja hier doch, dann suche ich auf jeden Fall noch diesen. Da ist er doch schon. Perfekt. Joa. Guck mal, da gibt's ja richtig fett Kohle hier. Das ist ja super. Dann haben wir noch The Bible. Oder? Ich bin nehm' PhD natürlich. Und ich nehm' mir auch noch The Bible mit. Wenn's schon mal hier rumliegt. Und PhD, was gibt's sonst? I can see forever. Ja, von mir aus. Das ist doch schön. Ach, Mist. Wir sind recht schnell. Sieht ganz gut aus. Wo springt die denn hin? Mit der Speed Challenge oder was hier? So, das wollte ich doch. Zack. Gibt's hier? Okay, gibt's nichts. Da ist der andere. Super gelohnt, die Pille hier. So, das wollte ich noch machen. Dann kann ich nämlich auch diese Kiste aufmachen. Und hab noch eine Bombe und einen Schlüssel übrig. Zwei Bomben und einen Schlüssel. Und der Hound. Ja, warum sind denn da nur zwei? Das ist ein komischer Hound. Was macht der? Was macht der? Da hält der einfach nur mir aus, oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, toll. Boah, fett Kohle hier. Okay. Ah, boah. Muss ich eigentlich beides mitnehmen? Das hier auf jeden Fall. Fliegen lasse ich jetzt mal gut sein, ja? Nehmen, dass buchen und gut ist. Das ist bestimmt schon acht Minuten oder sowas. Naja, gut geschätzt. Ah! Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch kacke hier. Der schießt bestimmt auch noch, wenn er explodiert, ne? Genau, gut. Das war in Ordnung. Oh, Jesus. So, das brauche ich auf jeden Fall. Das brauche ich auf jeden Fall. Und das war's. So, hier ist der Boss. Hm, ich will doch aber nochmal. Ich will doch noch den Itemraum finden. Ein bisschen kacke jetzt hier. Ah, klar. Ah, klar. Unnötig dahin gelaufen. Nein. Das war auch blöd. Scheinlich hier. Was kommt hier? Oh je. Ach, das war saublöd. Das hat auch mal ganz, ganz einen Strich Damage gekostet, ne? Ich glaube, wir haben Better Pills. Also nehmen wir das hier. Okay. Naja, jetzt kriegen wir ja schon wieder kein Devil Deal. Das ist schon mal kacke. Ah, Mann, 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 Mann. Unnötigerweise in diesen Riesenraum gegangen. Unnötigerweise Schaden bekommen. So, zack. Was willst du machen? Wo ist das Spiel? Das ist ganz nett. Kommen wir ab und zu mal Sensen oder andere Schussarten. Und da geht's zum Boss. Nach zwölf Minuten. Kannst du jetzt... Oh, geh durch. Hier, zack. So, wird das sein. Eigentlich ein riesiger Boss. Na ja, klar. Na ja, klar. Natürlich kein Devil Deal, war ja klar. Na ja, Cube of Meat ist ganz nett. So, ich würde die Ebenen zusammenreißen. Wir haben wenigstens Chancen auf Angel Deal. Flaming Tears. Musst du auch aufpassen. Die explodieren gerne mal am Gegner, wenn du dann da dran bist. Ja, greifen sie dich auch. Schaden sieht ja echt ganz gut aus. Leck mich am Arsch. War das jetzt nur diese Ebene so? Das war's schon wieder, ne? Und Devil Deal. Außerdem hat er ein bisschen Glück. Ich muss... Puh. Leck mich. Ja, klar. Okay, nur mal sicher. Ich glaube, wir müssen das wegmachen. Usa. Okay. Ich glaube, ich gebe wirklich nur noch auf. Angel Deals. Ich bin komplett falsch gelaufen. Ich versuche mega Satan zu machen, weil der Damage ist eigentlich schon ganz gut hier. Aber die Zeit ist scheiße. Ach, er ist da oben rein, Mann. Ah, sehr blöd. Triple Shot. Ach stimmt, die Schussart ändert sich ja sogar während dem Run, ne? So, was gibt's hier für sieben? Was reduziert ist? Nehme ich auf jeden Fall mit. Hm. Mist. Und das hier für 15 von mir aus. Gutes Drinket. Ach, Crap. Komplette Kohle verzockt. Komm. Dann komplett. Temperance. Leg mich. Gutes Drinket. Mhm. Gut, was gibt's hier? Das ist nett. Das ist nett. Vier Minuten, keine Ahnung, ob das mal irgendwas wird. Den Schuss hätte ich gerne dauerhaft. Oder den. Oder den. Ah. Ah, abgehört so. Nein, jetzt habe ich den Schuss. Gut. Geht noch. Geht noch. Zack. Zack. Hier rein. Oh, falsch gelaufen am Anfang. Barcano, den nehmen wir direkt mal. Haben wir hier Destruction. Mal Barcano. Purity. Degas. Purity. Wir nehmen aber Destruction mit. Schade, dass nicht Passage da war. Oder, äh, Chara. Aber was willst du machen? So. Ja, das wird eh nichts mehr. Zumindest nicht mit, ähm, mit dem Boss Rush. So, gut. Weiter. Ach, du musst jetzt auch immer Blatt machen hier, ne? Guten Sek. Dann hier oben weiter. Da ist doch schon was, was wir brauchen. Wir machen echt gut Damage. Ich habe doch eigentlich gar nicht so viele Damage-Items. Leute, wir müssen, warum, was macht der denn jetzt hier? Dann hat er jetzt so viele Damage-Items aufgenommen. Aber gut, egal. Vielleicht wird es ja was mit der Hush. Ja. Control Friend von mir aus. So, jetzt müssen wir aber, ne, den müssen wir eigentlich gar nicht suchen. Wir können direkt zum Boss. Da drüben, ne? Gut, ab zum Boss. Ja. Oh, Quorn, der Klein hier. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Oh, wie oft geht der denn noch durch? Ja, der ist ja schon tot. Zack. Zweites Cube of Meat-Item. Und... Ah, klar. Nein, auch nicht jetzt Triple Shot. Ja, da kann es ja gar nichts machen. Mann, 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 wenigstens Kohle. Nein, kommt bis dahin. Super. Ist ja nochmal voll. Boah. Komplett abgekackt. So, schon können wir in den nächsten Item räumen. Genau das meine ich. Du bist jetzt so schnell tot hier. Na, jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier, ne? Oh, das ist sehr nett. Dankeschön. Noch eine? Ja. Ach, zwei. Drei. Boah, das war eng. Da habe ich jetzt nichts mit gerechnet mit der vierten, ne? Jetzt haben wir hier nochmal Destruction, ne? Ne, Purity. Das ist auch sehr nett. Und noch eine Destruction. Ich habe immer das Gefühl, es geht hier lang. Aber hier geht es zum Boss. Das heißt, wir gehen erst nochmal hier hoch. Ach, keine drauf geachtet. Egal, weiter hier rein. Watt mir mal mit. Sonst gibt es ja hier nichts, ne? Ach doch, wir haben Better Pills. Watt, haben wir hier. Range Up. Von mir aus. Destruction. Naja, brauche ich jetzt nicht. Guck mal hier. So, und hier durch. Wir sind langsam hoch. Gut, geht nochmal so. Hier ist der Boss. Aber das ist Mom, ne? Wir sind in Depth 2. Wir brauchen erst noch den Halt im Raum. Sonst geht hier gar nichts. So, da ist er. Nein, nein. Wieder alles verloren. Ich habe so manche Räume echt. Total. Ah, 21. Mit der Hush könnte es noch was geben, wenn es weiterhin gut läuft. The World. Ja, nehmen wir lieber The World mit, ne? So, hier nochmal. Okay, nichts mehr. Dann nehmen wir The World mit. Sehen wir wenigstens, wo wir hin müssen nachher. So, und ab zum Boss. Also, Ball of Tar war ja jetzt echt ein unnötiges Item. Kleine Schleimspur hinter uns. Toll. Und Ruf auf den Mann. Jetzt einen schönen Schuss oder sowas. Oh, was anderes als Triple Shot. Jetzt hast du den Triple Shot. Nein, jetzt angelaufen. Shit. Ja, geht doch weg. Gut. So, wo wir hin gehen, ist egal. Dann gehen wir lieber den leichteren Weg natürlich. Und weiter. Vielleicht wird es was mit der Hush. Da brauchen wir aber noch ein bisschen gute Pillen. Ein paar HP-Ups. Mit so einem Scheiß, ja. Das nehmen wir gleich mal mit. Ich habe keine Ahnung, wie viel HP ich habe. Scheiß Raum. Scheiß Raum, ich hasse den. Oh, schön. Doki. Einfach so, oder Doki? Wo muss ich eigentlich hin? Scheiße. Komplett falsch gelaufen. World eingesetzt und nicht drauf geachtet. Wo muss ich da links hin? Mann, Mann, Mann. War eigentlich gar nicht so schlecht, aber ein bisschen zu schnell und hektisch gespielt. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.